Sehr geehrte Privatanleger, herzlich willkommen zu Privat-Investor-TV, dem Videoangebot von Prof. Dr. Max Otte. Die Zukunft der Energie ist selbstverständlich immer ein großes Thema an den Börsen dieser Welt, erst recht, wenn es große Verwerfungen beispielsweise bei den Ölpreisen gibt, ob nun nach oben oder nach unten. Reden wir also über Energie, über Öl, über regenerative Energien mit Dr. Daniele Ganser. Er ist Historiker und Leiter des Swiss Institute for Peace and Energy Research. Herzlichen Dank für Ihre Zeit und für dieses Interview vorab. Fangen wir nochmal mit einem aktuellen Thema an, Herr Ganser. Viele haben sich Ende November 2016 ganz verwundert die Augen gerieben, als die OPEC erstmals seit 2080 auf eine Fördermengenkürzung geeinigt hat. War der Druck des niedrigen Preises, wir waren zeitweise unter 30 Dollar pro Barrel, einfach zu hoch? Ja, die OPEC, muss man ganz ehrlich sagen, ist nicht zu durchschauen. Also man weiß nicht, was Saudi-Arabien im Jahr 2017 entscheiden wird, was sie wirklich für einen Erdölpreis wollen. Was wir beobachten ist, dass die OPEC natürlich den Erdölpreis manipulieren kann. Man muss es ganz deutlich sagen, der Erdölpreis ist in keiner Weise auf dem freien Markt gebildet, sondern das Angebot wird ausgeweitet oder gedrosselt, je nach Interesse der produzierenden Länder. Ich muss es vielleicht einordnen in die Mengen. Ein Fass Erdöl hat ja 159 Liter, das kann sich jeder noch vorstellen. Ja, so ein Teil hat jeder mal gesehen, ja. Zehnfässer kann sich jeder vorstellen. Aber wir brauchen rund 90 Millionen Fass, es sind sogar noch einige mehr, aber wenn man sich eine runde Zahl merken möchte, 90 Millionen Fass pro Tag. Jeden Tag, weltweit. Das sind 45 Supertanker. Und wer schon mal einen Supertanker gesehen hat, das sind riesige Teils. Und von diesen 90 Millionen Fass produzieren die OPEC-Länder, das sind zwölf Länder, 30. Also ein Drittel ist die OPEC-Produktion. Und wenn man die Förderkosten anschaut, dann sieht man, die OPEC kann am billigsten produzieren. Das heißt, sie können entscheiden, wie tief man runter geht. Und die können den Preis auf 10 Dollar fallen lassen. Dann haben die Fracker in den USA ein Problem, dann haben die Ölsandabbauer in Kanan ein Problem. Aber Saudi-Arabien kommt immer noch mit gutem Schnitt raus. Ganz wichtig bei der jüngsten Entscheidung war ja auch die Tatsache, so wurde korportiert, dass Russland ebenso zu Förderkürzungen bereit sei. Und Russland ist nun mal ein Nicht-OPEC-Land. Wie bewerten Sie diese seltene Einigkeit? Sie sagen richtig, Russland ist Nicht-Mitglied der OPEC. Aber hier ist wie ein zweiter Filter, den man auf die Erdöl-Geschichte legen muss. Der erste Filter ist, wer ist in der OPEC. Der zweite Filter ist, wer sind die grössten Produzenten. Und da sieht man, ich wiederhole, 90 Millionen Fass brauchen wir jeden Tag. 10 Millionen Fass, ganz grob, kommen aus Saudi-Arabien. 10 Millionen Fass, ganz grob, kommen aus Russland. 10 Millionen Fass, ganz grob, kommen aus den USA. Das heisst, die USA, Russland und Saudi-Arabien sind die drei grössten Erdöl-Produzenten der Welt. Davon sind aber nur die Saudis in der OPEC. Und das heisst, die haben verschiedene Interessen. Weiss ja jeder, dass Washington, Moskau und auch Riyadh, die haben nicht die gleichen Interessen. Die sind im Kampf, aber dann auch wieder in Allianzen. Und man sieht, dass Russland sehr, sehr stark leidet seit einigen Jahren. Einerseits haben wir das Wirtschaftsembarco. Andererseits haben wir den Erdölpreiszerfall. Das heisst, die Russen leiden, sie werden ja von der NATO bedrängt. Die NATO-Osterweiterung hier in Berlin übrigens ein spannendes Thema. Das war ja nur möglich. Die DDR und die BRD zusammenzubringen, war nur möglich, weil die Russen ihre Soldaten friedlich aus der DDR abgezogen haben. Aber, Klammer geschlossen, Russland, Washington und Saudi-Arabien haben nie die gleichen Interessen. Hier gab es einfach ein kurzfristiges Zusammenkommen. Gehen wir auf die andere Seite des Globus, hin nach Amerika. Erdöl-Importeur oder Exporteur, welche Rolle haben die Amerikaner aktuell, Herr Ganser? Bei den Amerikanern ist ein grosses Durcheinander. Viele Europäer und auch einige Amerikaner sind der Meinung, dass die USA jetzt Erdöl-Exporteur sind und sozusagen auf das Öl und das Gas vom Nahen Osten nicht mehr angewiesen sind. Das ist ein Riesenirrtum. Es ist tatsächlich so, dass die Amerikaner Erdöl exportieren. Das ist so. Aber sie importieren auch. Und daran ist natürlich für mich als Wirtschaftshistoriker die Frage, was sind sie denn netto? Also alles zusammengerechnet, exportieren sie oder importieren sie? Und das ist die Sache ganz klar. Sie importieren. Die USA sind weiterhin ein ganz grosser Erdöl-Importeur. Sie brauchen, wenn man die Verhältnisse sich mal merken möchte, 20 Millionen Fass Erdöl pro Tag. Sie produzieren aber nur 10 bis 13 Millionen Fass pro Tag. Das heisst, der Nettoimport pro Tag ist 7 Millionen Fass. Und wenn man das ein bisschen über die Geschichte anschaut, dann merkt man, das ist schon eine riesengroße Menge. Weil noch 1945, also am Ende des Zweiten Weltkriegs, reichten 6 Millionen Fass Erdöl für die ganze Welt. Heute sind wir bei 90 Millionen Fass. Das heisst, wir haben in den letzten 70 Jahren einfach einen Erdölrausch erlebt. Und innerhalb von diesem Erdölrausch haben wir Verschiedenes erlebt. Die Amerikaner haben sich von einem Exporteur, sie waren das Saudi-Arabien von früher, zu einem Importeur verwandelt. Und sie sind weiterhin Importeur. Bleibt unter dem Strich, die Amerikaner sind abhängig vom Nahen Osten. Und darum führen sie dort Rohstoffkriege. Also haben wir jetzt sozusagen das Dreieck etwas genauer skizziert. Russland, Moskau, dann Saudi-Arabien, Riyadh, Washington, USA und so weiter. Das ist das magische Dreieck der Energieszene. Ich möchte natürlich, weil wir in Europa und in Berlin, mitten in Europa auch gerade produzieren, dieses Gespräch, Herr Ganser, natürlich auf Europa zu sprechen kommen. Sie haben vor einiger Zeit eine Schrift verfasst, die da heißt Europa im Erdölrausch. Wie bewerten Sie denn nun die Rolle Europas in diesem Dreieck? Es ist ja ein Kampf, über den wir hier sprechen. Es ist ein Kampf, klar. Energie ist ein Kampf. Wenn wir heute nicht genügend Energie bekommen, dann sind wir morgen platt. Das ist einfach so. Wenn hier nicht geheizt wäre, dann würden wir alle kalt haben. Wenn wir nichts zu essen haben, das ist auch Energie, sind wir platt. Ich kam von Basel hier nach Berlin mit dem Flieger, der fährt mit Kerosin. Ohne Energie läuft gar nichts. Das muss man sich mal klar sein. Also Rommel in Nordafrika, am Schluss hat er keinen Sprit mehr. Also einfach über Energie lohnt sich nachzudenken. Zweitens, ganz wichtig, Europa hat selber Erdöl gefördert in der Nordsee. Das waren die Briten und die Norweger. Und wenn man ein bisschen genauer hinschaut, in meinem Buch Europa im Erdölrausch, der Untertitel heißt übrigens die Folgen einer gefährlichen Abhängigkeit. Wenn man das genauer anschaut, sieht man die Briten und die Norweger fangen 1970 an mit der Förderung. Da bin ich in etwa geboren, da stechen sie die Nordsee an. Dann geht die Förderung rauf, erreicht ein Maximum, das nennen wir Peak Oil. Und dann geht es wieder zurück. Die Felder entleeren sich, die Förderung geht zurück. In Großbritannien und in Norwegen ist die Förderung rückläufig. Darum, und das ist ja auch sehr interessant, setzt jetzt zum Beispiel Norwegen auf Elektromobilität. Ist ein Erdölförderland, aber baut die Elektromobilität aus und hat seinen Strom zu fast 100 Prozent aus erneuerbaren Energien. Das ist jetzt ein gutes Stichwort, was Sie mir liefern, denn ich wollte in der Tat noch auf die regenerativen Energien zu sprechen kommen. Also Stromgewinnung aus Wasser, Sonne, Wind und so weiter ist auf dem Vormarsch. Insgesamt hat deutlich zugenommen, wenngleich natürlich der Anteil im Verhältnis zur Erdölgewinnung und Energie aus Erdölgewinnung immer noch recht klein ist. Ist langfristig gedacht, verliert Erdöl tatsächlich seine Macht oder ist das auf absehbare Zeit nicht der Fall? Erdöl kann man heute schon in Autos ersetzen. Man kann mit Strom fahren. Ich persönlich fahre nur noch Elektroauto. Ich war, ja, im 2015 bin ich umgestiegen. Ich hatte ein BMW-Dieselfahrzeug. Ich fahre gerne Auto, ja, ich hatte Freude an meinem BMW, aber weil ich ja die Erdölkriege untersuche, weil ich die Erdölgeschichte untersuche, war für mich klar, ich will aussteigen aus dem Erdöl. Ich habe mir dann einen Tesla gekauft und ich habe jetzt 50.000 Kilometer mit dem Tesla gemacht und ich bin super zufrieden, weil jetzt bin ich ein Prosumer. Ich bin nicht mehr nur ein Consumer, sondern ein Prosumer. Was ist ein Prosumer? Der produziert zu Hause seinen Strom. Ich habe also 70 Quadratmeter Photovoltaik auf dem Dach. Damit mache ich 8.000 Kilowattstunden Strom. Das reicht für den Tesla und auch noch für die Wärmepumpe. Das heißt, die Wärmepumpe heizt mein Haus. Das Erdgas habe ich rausgerissen. Das heißt, die Leute sind bereit für die Energiewende. Wir beobachten rein ökonomisch betrachtet am Anfang hohe Investitionskosten, aber dann ganz tiefe Betriebskosten. Also ganz interessant. Da tut sich viel. Ich bin ein Freund der Energiewende. Nochmal nachgefragt. Wird Öl seine Macht verlieren? Wird es künftig mehr Kriege um Wasser beispielsweise geben oder um andere? Natürliche Ressourcen und weniger um Öl? Ich denke, die Kriege um Öl, um Gas und um Wasser gehen weiter. Wir müssen das ja auf der grossen Achse beachten. Wir waren zur Zeit von Christi Geburt, also vor rund 2.000 Jahren, waren wir 300 Millionen Menschen auf der ganzen Erde. So viele wohnen heute allein in den USA. Und dann im Jahr 1800 waren wir eine Milliarde. Das erste Mal vor 200 Jahren. Heute sind wir sieben Milliarden. Das heißt, wir sind netto in den letzten 200 Jahren um sechs Milliarden gewachsen. Ich frage dann meine Studenten immer, überlegt euch mal, von 1300 bis 1500, also im Mittelalter, hatten wir auch 200 Jahre Zeit. Warum sind wir denn da nicht netto um sechs Milliarden gewachsen? Was haben wir da so rumgedröselt? Und die Antwort ist eben, wir hatten kein Öl. Wir hatten kein Gas. Wir hatten keine Atomenergie. Und wir hatten keine Kohle. Das heißt, Energiesysteme waren völlig anders. Und wenn wir wenig Energie haben, dann fahren wir auch nicht übers Wochenende nach Berlin. Wenn wir wenig Energie haben, dann müssen wir schauen, dass wir überhaupt 40 werden. Also die Lebenserwartung und alles. Wir haben auch nicht zehn Räume geheizt im Haus. Also das hängt alles am Energiethema. Und in den letzten 200 Jahren wurden wir alle reich. Vergleichsweise sind wir heute reich. Ein König im Mittelalter konnte nicht sozusagen nächste Woche nach New York fliegen. Können wir heute, wenn wir wollen. Wir können eine Stunde lang warm duschen. Konnte der König nicht. Ende der Durchsage. Und das bedeutet, wir müssen es demografisch vernetzen. Und darum wird Öl weiterhin eine Rolle spielen. Aber diejenigen, die können, werden versuchen, in erneuerbare Energien gehen, in Wind zu gehen, in Sonne zu gehen, in Wasserkraft zu gehen und aus erneuerbaren Quellen ein neues Energiesystem aufzubauen. Da ist viel Geld auch im Umfluss. Ich finde das super. Ich bin ein Freund der Vision 100% erneuerbare Energien. Dann haben wir die Möglichkeit, dezentral zu produzieren. Das sind ganz andere Produktionsstrukturen. Früher hatte man zentrale Strukturen mit abhängigen Endabnehmern. Was jetzt kommt, ist dezentrale Struktur. Also spannend, super spannend, das Thema. Dann danken wir Ihnen ganz herzlich für die Einblicke in Ihre Arbeit zum Thema Energie. Dr. Daniele Ganser hier im Interview mit Privatinvestor TV in Berlin. Danke für Ihre Zeit und viel Erfolg bei Ihren Vorträgen. Ja, vielen Dank.